Oh, you're so amazing, you make me feel all right. The temperatures rise and take me for a ride. Oh, it's so amazing, we got the chemistry. Right to my heart, don't give me anything to see you go. Wir sind gerade alle zusammen auf Zerkündos für unser 2024er Teamretreat. Machen uns eine schöne Zeit, sprechen, wo wir gerade sind, wo wir hinwollen. Du kannst mit jedem über jedes Thema sprechen. Die Entscheidungswege sind mega kurz. Weil ich einfach die Unternehmenskultur, die ich einfach gesehen habe, mega toll fand. Die Ausstrahlung, die Menschen, wie sie sich zu mir auch verhalten haben. Wir ticken ähnlich, wir haben die gleichen Werte. Ein großer Wert, den alle bei uns im Team leben, ist quasi Growth, Wachstum. Jeder, der zu uns ins Team kam, der wollte so eine neue Herausforderung, der wollte irgendwie neue Fähigkeit lernen, auch im Marketing sich weiterentwickeln. Da ist natürlich auch das Thema Remote super attraktiv. Wir sind jetzt nicht die Firma, die irgendwie die ganze Zeit micromanage und die Leute kontrolliert, sondern wir trusten natürlich sehr stark. Wir arbeiten natürlich, um unsere Kunden nicht zu vernachlässigen, weil wir sind eine Agentur, wir wollen für unsere Kunden da sein, wir wollen die besten Ergebnisse bringen. Zum anderen eben auch haben wir Präsentationen, haben wir Zeit, wo wir miteinander einfach kommunizieren können. Etwas, was mir an ICOM-Haus allgemein auch am Team extremst gefällt, ist, dass alle Leute dir wirklich helfen wollen. Ja, ich finde das ziemlich interessant, weil sehr viele talentierte Leute einfach hier zusammenkommen. Ich denke mal, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man mit seinen Kollegen auch außerhalb gut auskommt. Und ich meine, wir sind ja jetzt hier momentan noch in Griechenland eine Woche und lachen eigentlich nonstop und haben schalendes Gelächter. Ich würde sagen, extrem humorvoll sind alle hier. Ich habe das Gefühl, wir sind uns alle sehr ähnlich. Wir alle haben einfach dasselbe Mindset über das Leben generell und über die Gesellschaft. Es gibt mir viel, das macht mich unglaublich stolz. Und die Leute, die hier arbeiten, die sind ultra happy und vor allen Dingen bei dem Wetter und alles, das zeichnet das Team schon aus.